Alter, geht richtig ab. Ja. Oh, hier unten ist da nochmal richtig ein Schiff drunter. Erstmal hier wieder in Deckung. So, hier gehen wir mal hoch. Da oben ist der mit, ja. Mhm, was? Boah, was hat der denn? Der hat einen Granatwerfer, dieser kleine Bastard. Scheiße. Ist ja kein Supergraf. Nee. Wirklich. Da kommt jetzt einer. Ich glaube, der ist tot. Nein. Wir sind aber tot. Scheiße. So. Warum starten wir jetzt auf dem Schiff? Ich bin dabei wahrscheinlich ein Kontrollpunkt. Rafika-Pistole. Dies ist richtig gut. Achso, ja, stimmt. Hier muss ein Kontrollpunkt gewesen sein. Ja, komm. Stiel. Zack, zack, zack. Boah, Alter, bist du fertig? So, erstmal hier die Umgebung scan. So, ah. Da hinten steht einer. Oh, 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 oh. Scheiße, 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 einfach runterspringen. Boah, Alter. Das ist ganz... Ah, da ist noch... Ja, aber die kann ich im Wasser nicht auswählen. Weil es eine Primärwaffe ist. Ähm, äh, äh, Schiss. Ich kann nicht tauchen, meine Fresse, ey. Der lässt sich mal so viel Zeit, bis er taucht. Na, sagt er. Ja, natürlich. Das Ding explodiert auf dem harten Boden des Wassers. Solange wir am Land sind, sollten wir die Rafika-Posole nicht benutzen. Ja, komm her. Dich nehme ich so mit. So mitnehmen. Genau. Ich glaube, da steht schon wieder ein Typ, ein Info, ein G-Info. Ja. Das sollten wir schleunigst ausschalten. Alter. Ich muss mal eine Granate mehr. Stimmt. Und der zu entgehen, der ist. Ja. Kacke. Habe ich noch eine? Das ist noch zwei. Ich schicke nur noch eine. Puh. Alter, wer schießt denn da schon wieder? Ach, Kacke. Leck mich doch am Arsch. So. Ja, das ist er hier mit seinem MG. Vorne ist... Leer. Ja. Das Schiff ist schon mal leer. Gut. Da ist gut. Da ist gut. Aber... Der da oben. Scheiße. Von da kam auch gerade ein Schuss. Scheiße. Wir müssen jetzt hier... Klettern wir erstmal hier auf dieses Schiff drauf. Alter, der kann sich hier hinterher nicht ducken. Doch. Kann er. Puh. Boah, eine RPG jetzt. Wäre ja echt perfekt. Nicht die Pistole, Mann. Scheiße. Granate. Granate. Uncool. So, der ist auch schon mal down. Einer weniger. Wir müssen, weil der oben ist, Alter. Ja, super. Oder? Ja. Ja. Wenigstens haben wir ihm schon mal seinen Helm abgeballert. Gute Nacht. Ich schwimme erstmal eine Runde. Alter, warum tauchten der nicht? Ich drücke auf Tauchen und er taucht nicht. So. Steht die ganze Zeit Tauchen, sie? Vielleicht hat er Angst vor dem Tauchen. Ja, ich weiß ja nicht. Vielleicht hat er Angst vor Wasser. Aber er schwimmt doch immerhin. Scheiße, da ist ein... Er hat aber seinen Helm nicht mehr. Ja, ich weiß, aber... Der ist dumm. Hm? Der ist dumm, diese super Dinge da. Ja. So. Alter, der stirbt gar nicht. Der stirbt nicht. Der stirbt nicht. Wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Oh. Kein Ort, kein perfekter Ort, wo man sich irgendwo unterschützen könnte. Das wäre aber auch zu schön. Ja. Den haben wir erstmal schon mal erledigt. So, der ist tot. Jo, der ist echt fertig da oben, der Typ. So, ist hier irgendwo noch... Ja, natürlich. Sind da zwei MGs? Da oben steht eins. Ja, aber das ist dasselbe, was du das siehst. Glaub auch. Weil dann dreht er sich immer schon rüber, ne? Der weiß ja schon, wo wir sind, ne? Kann durch Wände gucken. Mit Röntgengrillen. Ja. Ne, doch. Jetzt hat er in diese Richtung gedreht. Scheiße. Das erwartet uns hier oben. Oh. Keine Deckung erwartet uns hier oben. Ne, das bringt so nix. Ähm. Wie kommt da eine Granate hin? Ne, da sind zwei MGs, die da stehen. Da ist eins. Und da ist eins. Super. Wie kommen wir nur an die MGs? Wir müssen uns da von hinten dran arbeiten. Glaubst du, sonst... Von da vorne. Hm? Von da vorne. Ja, 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 da würde ich jetzt auch grad irgendwie... Wieso, guck mal, der geht jetzt vom MG weg. Ich lass ihn erschießen. Ist das einmal MG schon mal erledigt. Ja. Boah, Alter. Die Steuerung macht mich manchmal schon ein bisschen wahnsinnig. Oh, da ist ein super Ding bei. Ah. Scheiße. So, wir müssen hier erstmal runter. Einer mit nem... Laser-Zielfernrohr. Boah. Scheiße, der kommt. Er kommt. Da ist er schon. Hat er sich jetzt verpisst? Ne, er kommt von hinten. Scheiße. Vorsichtig, vorsichtig. Jetzt erstmal hier drunter verweilen. Hier können die einen eigentlich nicht treffen. Ich glaub, das ist so der einzige Schutz, der zu 100% sicher ist. Aber von hier aus kannst du natürlich auch keine schießen. Also ist er noch nicht mal mehr zu 100% sicher. Da oben war grad einer. Ja. Das ist ein Super-Tier. Ja. Ha. Oh, da oben steht ein Super-Tier drauf. So, jetzt hier drauf. Kommt an. Er kommt. Nein, 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 nein. Schüss. Nein! Geh... Wie dumm. Ja. Dass er dann nicht, ähm... Direkt ins Wasser springt. Vielleicht geht er dann unter. Nein, ich mein hier Nathan. Dass er nicht ins Wasser springt. So meinst du das. Sondern auf die Strebe da drunter springt. Mal, können wir von hier aus... Scheiße. Mann! Leckt mir doch die Eier, ey. So, ich geh mal hier oben drauf. Hier haben wir wenigstens Munition. Ha! Ich hab ihn erledigt. Jo, wird er getroffen am Verpisser sich, ne? Diese Fallgesau. Ja. Könnte man jetzt über uns auch sagen. Aber hier sind ja so viele Leute. Da ist er schon wieder. Ah. Ha! Da war er. Ich hab ihn getroffen. Aber ich weiß nicht, ob er tot ist. Ich glaube, der ist so, weil er schon so ein bisschen geflogen ist. Ja. So war es das? Das glaub ich doch nicht. Ist doch trügerisch. Ah! Also, noch schießt keiner auf uns? Noch. Ja. So. Oh, da wird schon die Glocke geläutet. Ah, das sind die Bojen hier, ne? Die immer solche Geräusche machen. Beim Wackeln. Ähm. Da ist der Wunsch. Die Musik spielt auch wieder. Das heißt... 30 Eliminierungen. K-ähä, äh, 7. So, was haben wir hier noch? Munition. Und ein Scharfschützengewehr. Ich glaube, das ist sogar... Ja. Ist das so ein Scharfschützengewehr? Was schießt denn das für eine Munition? Ja. Gut, ich will aber meine alte. Das kam ja echt früh. Ja. Aber ich weiß nicht, ob es das viel einfacher gemacht hätte. Nein. Die Rafika ist am besten. Das ist eine richtig gute Pistole. So. Ich glaube, wir müssen jetzt... Da ist noch einer. Ähm. Ups. Ja. So. Hier war noch... Irgendwo hat hier noch einer geschossen gerade. Aha. Das ist für Sully. Aha, wenn er das sagt, dann war es bestimmt der Letzte. Ähm. Ja. War der Letzte. Alter, geh doch runter. Meine Fresse, ey. Das ist ja fast sogar noch... Nein. Wo kommen die alle überhaupt her? Echt, ey. Nein, 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 geh. Idiot. Da vorne ist noch mal ein MG und da hinten, glaube ich, auch noch mal. Das sind, glaube ich, beide MGs noch mal besetzt. Ah, aus der Hölle. Ja. Der hier hat ein MG besetzt. Und ob das da hinten auch noch eins ist? Kannst du das MG denn benutzen? Ja. Theoretisch schon. Weil da oben steht noch einer. Boah. Sofort tot, ey. Da sieht man mal, was für eine Durchschlagskraft das Ding hat. Sonst war da hinten noch einer? Ja. Von wegen Präzisionsgewehr. Wer braucht sowas denn schon? Scheiße. Leck mich am Arsch. Kommt der da erst? Der, ja. So, der ist aber down. Aber das Problem ist, wenn da jetzt noch einer hinkommt, der kann sich einfach das Gewehr nehmen, ne? Ich glaube, das geht. Dass sie das können. Ich weiß das aber auch nicht. Da unten ist noch einer und da oben. Macht er denn hier? Ja, hier ist noch einer mit einem Präzisionsgewehr. So. Ah ja, hier ist auch noch einer. Der macht da irgendwelche komischen Bewegungen. Alter! Rhythmisches Tanzen. Ja. Siehst du sonst noch irgendwo einen? Ich auf jeden Fall nicht. Nein, ich sehe keinen mehr. So. Gehen wir mal hier die Leiter hoch. Ah, komm. Geh hoch. Und ich würde sagen... Maaah! Idiot, ey. Ich würde sagen, wenn wir das geschafft haben... Wenn wir hier raus sind... Wenn wir hier raus sind... Nein, sieht nicht gefährlich aus. Wenn wir hier raus sind, beenden wir diese Aufnahme mal. Scheiße. Jetzt müssen wir nochmal ganz von vorne hier mit den allen Gewehren und so... Schaffen wir in fünf Sekunden. Siehste? Haben wir es ganz schnell geschafft. Ja. Hä? Was soll das? Springt der ja neben mir, ey. Das sieht nicht zu gefährlich aus. Ja, natürlich. Ach, nicht so dreckig. So. Und... Ha. Das hält. Mehr oder minder, ne? Immerhin hält noch das Ende. Ja. So. Ich würde sagen, wir beenden jetzt mal die Aufnahme. Damit das nicht zu lange wird. Von den Gigabytes. Und dann sage ich mal Tschüss. Tschüss. Das hält. Vielen Dank.